Moin, Moin, Siegkreuz-Freunde! Willkommen zu dieser ersten Luftpost von World of Warplanes. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden in Zukunft auch über World of Warplanes berichten und regelmäßig Nachrichten zu World of Warplanes als Videotagebuch oder als Videonachricht für euch erstellen. Und wie der Zufall so möchte, gibt es auch heute gerade so eine Aussicht auf den Patch 2.0.2, der jetzt demnächst released wird. Das ist das sogenannte Winter-Update für World of Warplanes und es gibt doch wieder ein paar spannende neue Geschichten. Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz korrekt ausdrücke, verzeiht mir bitte, ich bin noch sehr World of Warships-lastig und ja, es wird sich mit der Zeit ändern, denn ich möchte in Zukunft viel mehr World of Warplanes spielen, wollen wir das Spiel gestern und jetzt auch heute habe ich schon mal zwei, drei Spiele gemacht, sehr, sehr gut gefallen hat, hat sie geil entwickelt, finde ich persönlich und es ist jetzt mehr in unserem Fokus auch bei Seacrouds. Auch wenn wir als Clan-Name Seacrouds haben, können wir ja trotzdem mehr Luft fahren. Luftschiffe gibt es ja auch, also sind Kapitäne in der Luft ja nicht ganz unbekannt. Also, wollen wir mal loslegen, die ganzen Nachrichten hier alle unterbringen. Also, mit dem Update wird es neue Bomber geben und es wird auch den ersten Teil der britischen Hawk-Reihe geben. Der Hauptaugenmerk liegt auf den mittleren deutschen Bombern. Die sind mit defensiven MG-Stellungen oder MG-Türmen bewaffnet und jeder Turm dieser, ja, dieser Bewaffnung kann vom Spieler gesteuert werden. Der hat aber auch einen Nachteil dieser Bomber. Er hat nämlich keine offensiv gerichtete Waffe nach vorne. Das heißt, wir haben eigentlich nur diese Türme, ja. Und, weil ich eben noch nicht gesagt habe, eine sehr, sehr große, starke Bombenbewaffnung. Das steht hier auch noch. Dazu wird das Spiel an der Grafik und am Interface verändert, ja, verbessert. Hier steht nicht mehr genau, was, ähm, was das, äh, genau sein soll. Dazu zählt auch das Fadenkreuz und die Kameraführung. Okay? Gut. Und, was, ähm, jetzt vielleicht auch noch den einen oder anderen überrascht, zwei neue Gefechtsfelder, also zwei neue Karten wird es auch geben. Dazu kommt die Möglichkeit, in dem Wargaming, ähm, genau, in dem Wargaming-Klienten, in dem World of Warships, World of Warplanes-Klienten, ein Video abzuspielen. Das heißt, da sollen die Grundlagen des Spiels erklärt werden, in diesen Videos direkt von Wargaming, denke ich. Und dann kommt noch eine weitere Überraschung und zwar, äh, ein neues Event. Himmel über Albion heißt das Event und es wird bis zum 10. Januar 2018 täglich zu erspielen sein oder zu bespielen sein. Es geht um die Vorherrschaft, äh, in einem Luftraum über Großbritannien. Man kann an den Achsenmächten oder auf der Achsenmächte-Seite spielen oder auf der Alliierten-Seite spielen und es gibt dann für hervorragende Leistungen und, äh, aktive Teilnahme gibt es Belohnungen. Und zwar Loot-Kisten. In diesen Loot-Kisten sind dann Module, Verbrauchsgüter, Besatzungsmitglieder, Anstriche, Hangarplätze, Tasernenplätze, etc. drin. Die Hauptbelohnung der Kisten besteht aber aus Gold- und Premium-Spielzeit sowie, jetzt kommt's, Spezialmissionen. Diese Spezialmissionen bestehen aus einer Kette von Aufträgen. Wenn man die erfüllt, dann diese kann man, also dann gibt's ganz spezielle Belohnungen. Ähm, da gehe ich gleich drauf ein. Diese Spezialmissionen, die kann man aber nur erfüllen zwischen, hier steht, zwischen zwei Konfrontationen. Ich vermute, das ist meine persönliche Meinung, dass dieses Event nicht dauerhaft bespielbar ist. Also, dass man diesen Himmel über Albion nicht, äh, 24 Stunden am Tag spielen kann, sondern nur, sagen wir einfach mal, zwölf Stunden. Und die anderen zwölf Stunden sind dann die Zeit, in der man diese Spezialmissionen erledigen kann. So verstehe ich, oder man muss das in einem anderen Gefechtsmodus machen. Keine Ahnung, dafür bin ich noch nicht, äh, ja, erfahren genug in World of War Plains, aber die Belohnungen haben's in sich. Und zwar, wenn man sie erfüllt, diese Spezialmissionen, dann kann man die deutschen mittleren Bomber, die britischen Mehrzweckflugzeuge der Hawker-Linie, Premium-Flugzeuge der Stufe 8, RB17, ME109TL und die J8M bekommen und oder acht weitere Premium-Flugzeuge der Stufe 2 bis 5. Also, ihr erfüllt eine Premium-, äh, eine Spezialmission und erhaltet ein Flugzeug, was durch Zufall ausgewählt wird offensichtlich. Da muss man dann ein bisschen Losglück haben. Prinzipiell, so verstehe ich zumindest, sind diese mittleren Bomber der Deutschen und diese Hawker-Reihe normale Standardflugzeuge, die man normal erforschen kann, ja, aber man hätte halt diesen Vorteil, dass man diese Erfahrung nicht aufwenden muss, um diese Flugzeuge zu spielen, wenn man die Spezialmissionen richtig erfüllt. So, die neuen Flugzeuge. Ich möchte euch erstmal zwei Bilder von der Mission von Albion zeigen. Das ist ein Hangar mit, wenn ich das richtig sehe, einer Hawk Hurricane 2, ich vermute. Ich bin da, wie gesagt, sieht mir bitte das nach, ich bin da nicht so 100% sattelfest, noch nicht. Das wird sicherlich immer besser werden. Umso mehr ich mich mit der ganzen Thematik beschäftige, desto interessanter und desto mehr wissenwärtig anhäufen und euch dann auch teilnehmen lassen, teilhaben lassen. Hier mal das Bild ein bisschen näher herangesoomt und dann gibt es noch ein weiteres Bild davon und das ist dieses. Sieht doch ganz cool aus, viel Atmosphäre. Bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall ziemlich mir sicher aktiv daran teilnehmen. Es wird zwar zur gleichen Zeit bei World of Warships auch eine Aktion geben, wo man ein Schiff erfahren kann. Bin hin und her gerissen. Mal gucken, wie meine Zeit zulässt, damit teilzunehmen. So, das sind die beiden Fotos zu der Albion Mission. Mehr gibt es da leider nicht zu, aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Die Flugzeuge, die man da bekommen kann bzw. die, die jetzt demnächst ins Spiel integriert werden. Das ist eine Hurricane 2, also der zukünftige T5-Mehrzweckkampfflugzeug der Briten. Die Hurricane 1 ist das T4-Mehrzweckkampfflugzeug und dieses wird das T6-Mehrzweckkampfflugzeug der Briten sein. Eine Hawker Tornado. Ja, man, viele von euch werden wahrscheinlich schon hier dran erkennen, was das möglicherweise alles hat. Es hat auf jeden Fall offensichtlich Raketen, wenn ich das richtig sehe hier unten. Ja, und es ist sehr, sehr stark mit MG bewaffnet. Also entweder, hier steht auch, man kann entweder mit vielen kleinen Maschinengewehren bewaffnet sein oder mit vier 20 Millimeter Maschinenkanonen. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ja. Maschinengewehr oder Maschinenkanone ist ja dann, das haut immer ein bisschen höfter rein, überhitzt aber dafür schneller. Also ja, das ist die, das ist, wie sagt der Tier 6 Flieger von der Hawklinie. Hier haben wir, ich bin das eben schon ein bisschen übersprungen. Das hier scheinen Bomben zu sein, außen als Außenlast. Aber hier auch jede Menge Öffnung für MG´s. Also das sieht wirklich cool aus. Eine coole Dynamik, die der Flieger hat. Finde ich ganz klasse. So ein Highlight der Propellerfluggeschichte. Ja, bis dann das Strahltriebwerk kam, was ja dann im Zweiten Weltkrieg auch entwickelt wurde. B100 und ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das war eine B. Ja, nicht ganz sattelfest, sag ich ja. Ich soll es lassen dann, ne? Da zu spekulieren. Also wenn ihr irgendwie Tipps, Hilfen habt, ja, irgendwie Informationen dazu, schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Ich lese alle Kommentare, werde dann darauf gegebenenfalls auch antworten. Und ja, wie gesagt, das wäre ganz klasse, wenn ihr da irgendwie was wisst zu der Geschichte, zu dem Flugzeug oder so. Einfach unten rein damit. Wird auf jeden Fall gelesen. Ja, so. Jetzt haben wir die beiden Briten gesehen. Vom T4-Flieger habe ich leider kein Foto. Aber kommen wir zu den Deutschen. Genau. Das ist die Dornier 17Z. Der T4-Bomber der Deutschen. Man sieht es hier auch. Keine Bewaffnung nach vorne, nur Bewaffnung nach hinten und natürlich relativ viel Bombenlast. Das sollte ein Bomber ja auch haben, ne? Relativ viel Bombenlast. Ja, die riesen Motoren. Optisch ein echter Hingucker für mich. Also werde ich mich schon freuen, diese Teile zu fliegen. In größeren Höhen. Ja, mal gucken. So, das ist die T4-Flieger. Und jetzt kommen wir zum T5-Flieger der Deutschen. Die U88A. Sieht auch super cool aus. Ja, weiß jetzt nicht, ob das die Standardlackierung ist oder ob das dann schon eine Lacke ist, die man bezahlt hat in-game oder so. Weiß ich nicht genau. Aber auch hier keine Waffnung nach vorne. Nur hier die Geschütze, Flugabwehrgeschütze sozusagen nach hinten und nach unten und nach oben. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Und ich bin mir sicher, ihr macht das auch. Diese ganzen Informationen, die ich euch jetzt hier vermittelt habe, die stammen von der wgnews.com-Seite, die da einen sehr guten Draht haben. Und ja, ich erstelle diese Videos immer sehr gerne für euch, auch für mich, um das einfach ein bisschen besser zu verstehen alles. Die Interaktion mit euch ist uns wichtig. Wir werden auch in Zukunft immer wieder so Video, News, Luftpost, Videos erstellen. Und würde uns freuen, wenn ihr das mögt, teilt, liked, abonniert. Ja, wird uns zeigen, dass wir was richtig machen und dass ihr das auch gerne euch anguckt. Haut rein. Ich wünsche euch eine tolle Zeit in World of Warplanes. Bis zum nächsten Video. Euer Maracher, euer Secrets Team. Ciao, ciao.